der opa ist gestorben die enkelin fragt die oma wie denn das passiert sei darauf offenbart sie der enkelin tja meine kleine der opa ist beim sonntag morgens sechs gestorben die enkelin ist völlig entsetzt und meint wie bitte in eurem alter habt ihr noch sechs darauf die oma ja ja sonntags morgens war immer recht gut immer im rhythmus des glockenschlages beim ding rein und beim dong zog er ihn wieder raus die enkelin kann es nicht glauben und fragt erneut nach daraufhin wiederholt es die großmutter ja ja wie schon gesagt beim ding steckte er ihn rein und beim dong zog er ihn wieder raus und wenn dieser dämliche eiswagen mit seinem blöden gebimmel nicht gewesen wäre dann wäre der opa noch am leben konfuzius sagt eine positive bewertung und ein abo erhöht deine gute laune um mindestens 400 prozent